Hey, ich mache heute den I love fall Tag. Ich habe hier auf meinen Laptop alle Fragen aufgeschrieben und ja, dann fange ich mir an. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingslippenpflegeprodukt für den Herbst? Also ich benutze im Moment zwei Pflegestifte, einmal von Babylips und dann von Yves Rocher so einen Vanille Pflegestift. Ja, also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob die gut sind, so von der Pflegewirkung, weil ich die noch nicht so lange ausprobiere. Aber ja, die benutze ich halt im Moment. Die zweite Frage ist, dein Lieblingsnagellack für den Herbst? Also mein Lieblingsnagellack dieses Jahr im Herbst ist auf jeden Fall dieser Colorshow-Nagellack von Maybelline. Die Farbe Burgundi Kiss, ja, die hatte ich auch in meinem Haul gezeigt. Ja, ich finde es einfach, dieses dunkle Rot ist einfach sehr schön im Herbst und ich mag eigentlich alles, was diese Farbe hat im Herbst. Ja, also es ist noch ein bisschen dunkler als so ein Weinrot. Aber geht schon in die Richtung. Dann die dritte Frage, was ist dein Lieblings-Starbucks-Getränk für den Herbst? Also ich gehe eigentlich fast nie zu Starbucks. Ich war jetzt, ich weiß nicht, vielleicht zwei oder dreimal da, also habe ich jetzt nicht ein Lieblings-Getränk. Ich hatte aber das letzte Mal, als ich da war, sowas mit Karamell und Eis. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Ähm, ja. Deine allerliebste Herbstaktivität? Ähm, also ich würde sagen, im Herbst bin ich eigentlich am liebsten zu Hause. Also wenn das Wetter draußen schlecht ist, dann einfach nur zu Hause, mit Freunden, einen Film gucken. Tja. Dein Lieblings-Accessoire für den Herbst? Ähm, also mein Lieblings-Accessoire im Herbst sind auf jeden Fall Schals. So wie der hier zum Beispiel. Ähm, der ist in so einem Weinrot und hat so ein Muster. Den habe ich letztes Jahr bei H&M gekauft. Ja, ich finde einfach Schals im Herbst sehr gut, weil es wird kälter und ja, sie geben dem Outfit irgendwie einfach so ein... Ja. Was ist deine Lieblings-Kerze im Herbst? Also ich habe jetzt im Moment diese hier. Ja, leider ist da kein Aufkleber mehr drauf, aber die ist von Ikea. Und die riecht nach Vanille und ja, ich finde die riecht einfach total lecker. Ich will sie essen. Ja, also die mag ich sehr gern, diese Ikea-Vanille-Kerze. Geisterhaus, Geisterbahn oder Geisterlabyrinth? Ähm, also ich war noch nie in einem Geisterlabyrinth und auch nicht in einem Geisterhaus. Ich war nur mal auf einer Geisterbahn und die war wirklich schlecht. Aber ich denke, Geisterlabyrinth wäre cool. Welche Süßigkeit magst du im Herbst am liebsten? Ähm, also ich habe jetzt keine Sieb... Also ich habe jetzt keine Lieblings-Süßigkeit, aber ich würde sagen, auf jeden Fall mit Schokolade und mit Karamell und... Ich weiß nicht, also im Herbst kann ich irgendwie alles essen. Ja, also eigentlich kann ich immer alles essen. Ne, also im Herbst kann ich wirklich alles essen, ist total egal. Als was ziehst du dich an Halloween an? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eigentlich auch noch überhaupt keine Idee. Ich denke da immer erst sehr spät drüber nach. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich letztes Jahr war. Hm. Ja, ich weiß es noch nicht. Die letzte Frage ist, was magst du im Herbst besonders gern? Also ich würde sagen, am liebsten mag ich im Herbst, wenn es halt draußen was kühler wird. Und dann, wenn man nach Hause kommt und es ist so warm und dann... Keine Ahnung, weil man dann einfach nur einen Film guckt oder so und sich einfach nur so einkuschelt. Ja, das ist voll schön. Das mag ich am liebsten am Herbst. So, das war der Eilauf Fall Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, bis zum nächsten Mal. So, das war der Eilauf Fall Tag. So, das war der Eilauf Fall Tag. So, das war der Eilauf Fall Tag. Der erste Punkt. Als fast. Und mit Heele. Also. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020